Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie in meiner Spezial-Sprechstunde. Heute geht es um Fiebermessen bei Kindern. Oder soll ich sagen, es geht um den Komplexfieber und das, was sich daraus entwickelt. Kinder fühlen sich oft heiß an. Genau das ist auch das Symptom, was mir genannt wird, am Telefon oder auch in der Sprechstunde. Mein Kind hat heute Nacht Fieber gehabt, das höre ich ganz häufig. Wenn ich dann nachfrage, wie viel, dann wird gestutzt und dann weiß ich nicht, ich habe nicht gemessen. Und dann sage ich, dann wissen Sie auch nicht, ob Ihr Kind Fieber gehabt hat. Fieber bedeutet, die Temperatur unseres Körpers, in diesem Fall unseres Körperkerns, ist höher als 38 Grad. Und natürlich fühlt sich ein Körper, der fiebert, heiß an. Also in der Regel, aber nicht immer. Aber umgekehrt stimmt das nicht. Wir fühlen uns heiß an, wenn wir Sport gemacht haben, wenn wir unter der Decke waren, uns dort bewegt haben und rauskommen, dann fühlt sich unser Körper, unsere Haut heiß an, aber wir haben deshalb kein Fieber. Deshalb ist es wichtig, bevor Sie einen Arzt anrufen und mit ihm über eine eventuelle Krankheit Ihres Kindes sprechen, dass Sie wirklich die Temperatur messen. Denn dann können Sie sagen, was für eine Temperatur Ihr Kind hat. Und Sie können die Frage beantworten, wie hoch ist denn das Fieber? Wenn es über 38 ist, dann hat das Kind Fieber. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Wie messe ich denn das Fieber meines Kindes? Und natürlich gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, von den Ohrthermometern über den Stirnthermometer bis hin zu den einfachen, alten Fieberthermometern, wie zum Beispiel dieses da, wo man die Temperatur über die Popotemperatur misst. Ich kann Ihnen sagen, nach 20 Jahren und noch mehr Sprechstundenerfahrung, es gibt nur eine sichere Methode, um bei kleinen Kindern, bei kleinen Kindern Fieber zu messen. Und das ist genau die Methode mit diesem Gerät. Allerdings, das muss ich zugeben, auch das ist sehr fehlerbehaftet, wenn man nicht weiß, wie man dieses Gerät handhabt. Deshalb dieses Video. Und Sie gehören ab jetzt zu den Eltern, die das wissen. Ich zeige Ihnen hier auf dieser kurzen Videosequenz mit Hilfe meines Medizinbären, wie tief Sie mit diesem Thermometer eindringen müssen in den Popo, damit es auch wirklich die Kerntemperatur misst und nicht die Hauttemperatur vom After. Denn die will ich nicht wissen. Ich will wissen, wie ist es innen drin im Körper. Und dazu müssen Sie mindestens drei Zentimeter in den Popo hinein mit diesem Thermometer. Sie sehen, dass diese drei Zentimeter dieses Gerät ganz schlank ist. Um ein zehnfaches schlanker als ein dicker Stuhlgang, wenn er entsprechend herauskommt. Das bedeutet, ein Mensch spürt dieses Gerät nicht einmal, wenn man damit in den Popo hineinführt, fährt. Aber wichtig, ganz wichtig ist, dass Sie, bevor Sie das tun, dieses Thermometer mit einer Vaseline oder mit einer Creme, das kann jede x-beliebige Creme sein, einfach nur eine Pflegecreme, dass Sie mit dieser Gleitschicht praktisch völlig schmerzlos in den Popo hineinfahren können. Und aus hygienischer Sicht sinnvoll, vor allem, wenn Sie das für mehrere Familienmitglieder benutzen, ist das Benützen einer solchen Thermometerhülle, die es auch schon mit einer Salbenbeschichtung gibt. Das ist dann am einfachsten. Da fährt man dann einfach so rein und kann dann auf diese Weise messen. Und nach dem Messen kann man das so in den Abfalleimer geben. Und dann bleibt das immer schön hygienisch sauber. Also, mit diesem Gerät können Sie bei jedem Kind sicher die Körperkerntemperatur messen, wenn Sie tief genug im Popo gemessen haben. Sie werden jetzt fragen, ja, mein Kind, wenn es das aber nicht möchte, dann gibt es doch die Ohrthermometer oder die Stirnthermometer. Jawohl, die gibt es, die können Sie von mir aus gerne kaufen. Und dann machen Sie sich bitte den Spaß und mir die Freude, messen Sie dreimal hintereinander, die Temperatur mit diesen Geräten bei Ihrem Kind. Und dann werden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit feststellen, dass Sie lauter verschiedene Temperaturen messen. Und dann frage ich Sie, welche wäre Ihnen denn genehm? Und Sie merken, das ist für mich das Problem, dass diese Zahlen, die Sie da messen, dass sie nicht zuverlässig sind. Schlussendlich werden Sie, glauben Sie es mir, so wie ich auch, bei diesem Gerät wieder landen, weil das ist zuverlässig. Und wenn Ihr Kind das nicht möchte, dann sage ich, das ist das Gleiche mit dem Zähneputzen oder mit dem Sitzenbleiben am Tisch. Wenn Ihr Kind etwas nicht möchte, aber Sie wollen es, dann braucht es Erziehung. Und dem Kind eben muss man klar machen, ob du das willst oder nicht. Es muss sein. Ich muss wissen, wie ist deine Temperatur, wenn ich den Zustand eines Kindes bezüglich einer Krankheit beschreiben möchte. Und ich kann in diesem Zusammenhang nur auf mein Video verweisen über das Geben von Zäpfchen bei Kindern. Da gehe ich auch darauf ein, dass egal, ob das Kind es will oder nicht, es eben manchmal sein muss. Und Sie können sich das auch noch mal anschauen, dieses Video. Da zeige ich dann den entsprechenden Griff, mit dem man die Kinder festhalten kann, so, dass es eben schon geht, dass man sowohl ein Zäpfchen gibt als auch, was natürlich noch einfacher ist, Fieber misst. Also, ganz zum Schluss möchte ich noch mal das erwähnen, was ich vorhin schon sagte. Bevor Sie in die Sprechstunde kommen oder bevor Sie einen Arzt anrufen, um ihm mitzuteilen, dass Ihr Kind krank ist und wahrscheinlich Fieber hat, tun Sie sich selbst und auch dem Kollegen den Gefallen und messen Sie dann auch wirklich die Temperatur. Und wenn sie über 38 ist, dann hat Ihr Kind wirklich Fieber. Und dann bedeutet das auch einen gewissen Grad einer Erkrankung. Platzwunde. Die Platzwunde ist ein fast tägliches Problem, was in meiner Sprechstunde auftaucht. Und ich möchte allgemeine Dinge dazu sagen. Platzwunden gehören in der Sprechstunde zu den häufig vorkommenden Verletzungen, am häufigsten bei Kleinkindern. Zäpfchen. Zäpfchen sind eine Medizinform, die vielen Eltern große Probleme machen. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie sie am besten verabreichen und wie Sie Probleme mit Zäpfchen vermeiden können.